hier unten rechts das runde ding die geschwindigkeit schneller drehen ja wahlen demokratie urne ja das ist heute wieder unser thema und ja also natürlich dann auch mit dem aspekt hier dass sozusagen die tagesthemen und sollte sagen es geht eben auch darum externe reformer und die ganze prominenz hier alles prominente persönlichkeiten und dann die drei wohl wichtigsten parteien jetzt der kommenden wahlen die basis wir 2020 eu und de wobei ich mal gespannt bin wie sich das jetzt erklärt und das vielleicht am ende eine wir 2020 übrig bleibt oder wie auch immer da blicke ich eh nicht durch sozusagen ja wieder zwei sehr nette telefonate in den letzten tagen mit leitungspersonen aus dem parteienbereich also es scheint jetzt überall in allen parteien angekommen zu sein dass die externen reformer bis zu 56 prozent der wählerstimmen mitbringen also für einen wahlerfolg schwerlich zu ersetzen sind sozusagen und dass deswegen sozusagen man da also sozusagen doch sozusagen sehr stark kooperieren sollte und ja das bahnt sich an alles und wie gesagt eine eine der parteien haben wir schon etwa zehn stunden beraten und etwa sieben acht stunden sendungen mit der partei produziert die man ja auch überall schauen kann ja also bin die vorbereitung morgen beginnt ja die tour durch die sender es wird sich zeigen ob da noch die eine oder andere partei dazu kommt die irgendwie zumindest einen relativ großen namen hat in der gesellschaft und dann eben auch noch die externen reformer befragt sozusagen ja und von daher jetzt zu den inhaltlichen themen wie verliert die impfindustrie das interesse am massenverkauf von impfungen das sind ja so die schlüsselfragen ja man kann vieles reformieren aber wie woran liegt denn das dass die impfindustrie das interesse ein interesse am massenverkauf von impfungen hat ja denn liegt immer wenn man die ganze corona geschichte zusammenfassen geht es ja letztendlich darum dass die gesamte medizin und pharma und impfindustrie der meinung ist dass es generell nicht ohne impfungen geht ja und das ganze ist ja wie so ein ziel lauf der auf eine massenimpfung hinausläuft ja und aber wie 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 verliert jetzt so ich eine industrie das interesse an diesen massenimpfungen und diese fixiertheit auf die massenimpfung ja das geht nur und bevor wir diese frage beantworten machen wir noch einen hinweis nämlich dass eben hier am dienstag um 17 uhr ist beim wahrheitskongress samuel eckard dran sozusagen dienstag 17 uhr beim wahrheitskongress der ja auch eben jetzt glaube ich diese bustour mit bodo schiffmann da war ja samuel eckard mit immer mit dabei wenn ich mich recht erinnere und am samstag ist dann um 18 uhr professor sucharit bhakti dran und am freitag um 19 uhr also einen tag vorher die next scientists for future also das nochmal als hinweis zum kongress hier zum das ist nochmal das logo vom wahrheitskongress ja und ja dann hier also world council dann am freitag um 19 uhr beim wahrheitskongress so dann gehen wir mal weiter hier ja also wie bringt man ein die impfindustrie wie bringt man die weg von dieser interessenslage eben mit der formel vorteilbringende irrtümer aussterben lassen durch positive anreize die die impfindustrie in der impfindustrie ist der irrtum weit verbreitet dass die menschheit eigentlich ja gar nicht leben könne ohne impfungen dabei haben wir milliarden jahre des lebens hinter uns unsere urgroßmütter werden wenn wir also mal immer zurückgehen von unseren urgroßeltern dann wieder die mit deren urgroßeltern und immer weiter gehen von urgroßeltern zu urgroßeltern dann haben wir milliarden jahre geschichte wo es niemals impfungen gab und das leben hat ganz toll überlebt und munter überlebt und seit sechs millionen jahren können wir von menschen sehr menschen ähnlichen sprechen und vielleicht sogar seit 13,8 millionen jahren könnte man sagen dass wir sie schon sehr richtung menschen ähnlich orientiert sind sozusagen in der evolution und seit diesen 13,8 millionen jahren gab es nie impfungen und trotzdem hat alles gut überlebt sozusagen ja aber diese irrtümer sind halt da denn die führen natürlich zum massenartigen abverkauf von impfungen und beleben das geschäft solche irrtümer sie sind also vorteilbringende irrtümer und die next scientists for future sagen halt wir müssen gutes tun gezielt belohnen und dass wir eigentlich ist der einzige große fehler der menschheit der letzten 400.000 jahre das markt und tauschhandel einfach nicht funktionieren wenn man nicht das gute tun dass wenn man nicht gutes tun ganz gezielt und ganz deutlich belohnt damit eben die vorteilbringenden irrtümer aussterben damit eben die 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 ganzen sparten der gesellschaft nicht alle gegen die 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 bevölkerung arbeiten also man kann sagen das grundproblem ist dass alle sparten der gesellschaft eigene interessen verfolgen gegen den rest jeweiligen rest der gesellschaft ja und das ist das dilemma und so verfolgt natürlich auch die impf sparte ihre eigenen wirtschaftsinteressen gegen den rest der gesellschaft ja und das muss endlich aufhören denn das zerstört die gesellschaft dass immer jede sparte wir haben gestern über die ngos gesprochen die sparte die sich um die armen und die hungernden denn in der welt kommt kümmert die sich um die tiere kümmert die aussterbenden tiere der welt jede sparte hat das interesse möglichst viel kohle zu machen auf kosten des restes der gesellschaft und sendet ihre vorteilbringenden irrtümer diese killerviren des geistes diese parasitären meme jede sparte sendet ihre parasitären meme an den rest der gesellschaft und versucht ein möglichst großes stück vom kuchen herauszuschlagen aber das ist doch keine gesellschaft das ist doch schrecklich ja und nur wenn das gute tun gutes tun gezielt belohnt wird und zwar gutes tun für die mitmenschen für die mitbürger für die wähler belohnt wird nur dann ändert sich dieses problem und das haben die next scientists for future ja als hauptkonzept ja das heißt also die impfindustrie würde gezielt verdienst zuschüsse und andere positive anreize nur noch bekommen in zukunft wenn der gesundheitszustand der bevölkerung besser wird und dann werden die ganz schnell merken dass das gesundheitszustand der gesamt gesundheitszustand der bevölkerung viel leichter zu verbessern ist indem die impfindustrie weniger impfungen herstellt sondern sich mehr kümmert darum dass die menschen gesünder ernährt werden gesünder sport machen und 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 dass sie also sozusagen letztendlich sozusagen dass man das wohlfühlen die gesundheit und die langlebigkeit der bevölkerung viel besser fördern kann indem die menschen immer natürlicher wieder leben dürfen und natürlicher und glücklicher leben dürfen und dann wird plötzlich die impfindustrie ja einfach sich verwandeln in sozusagen und und wenn sie unbedingt impfindustrie bleiben will werden die daten vielleicht feststellen dass sie gar nichts beitragen zur gesundheit der gesamtbevölkerung sondern nur viele impfschäden verursachen und dann werden sie gar keine verdienst zuschüsse kriegen und dann eben pleite gehen sozusagen ja und denn auch die ärzte werden experimentieren mit weniger impfen und mehr impfen und wenn dann die ärzte plötzlich sehen dass sie mit weniger impfen viel bessere gesundheitszustände bei ihren kunden und bei den kindern und so weiter erzielen dann und mit anderen maßnahmen viel mehr erreichen an gesundheitsförderung als durch impfungen dann werden vielleicht viele ärzte immer weniger impfen und immer seltener impfen sozusagen und dann wird auch die impfindustrie letztendlich dann spätestens endgültig sterben es sei denn es bleiben noch einige impfungen übrig die wirklich irgendwie wirklich einen echten nutzen haben das können wir aber wollen wir jetzt nicht beurteilen das wollen wir der evolution der überlassen was dann passiert am ende ja ja und von daher das ist sozusagen ja der grundstandpunkt der next scientists for future ja und generell ist es halt so dass halt alle sparten ja also gerade diese ngos denken wir armut ja armut in der welt und hunger in der welt ja da da verdienen die geschäftsführer und mitarbeiter dieser dieser welthilfe sparten verdienen gutes geld indem sie an das mitleid der bürger appellieren ja und aber auch da müsste man sozusagen sich klar machen aha diese sparte will in erster linie an das geld der bürger die frage ist dabei es gab immer wieder hinweise dafür dass sogar ganz direkt diese ngos schäden anrichten in den armen ländern um quasi noch mehr spendengelder von den bürgern der reichen welt einkassieren zu können und da muss man eben auch positive anreize setzen man muss auch da echtes gutes tun belohnen und zum beispiel im moment ist es so dass wenn sie eigentlich verlängern sie immer nur leiden wenn sie ja wenn eine mutter schwanger ist oder ja nehmen wir an eine mutter in der dritten welt ist schwanger und kann sich nicht ernähren und wird auch das kind nicht ernähren können jetzt kann man gibt es ja zwei wege man kann der mutter signalisieren wir werden auch dein baby ernähren dann wird die mutter immer am rande des hungers leben das baby wird am rande des hungers leben und dann kriegt das baby später wieder eigene kinder und dann geht die kette des des ewigen hungers des ewigen leidens immer weiter oder man kann der mutter signalisieren wir schließen uns der linken frauen emanzipations bewegung an weltweit die frauen emanzipations bewegung sollte also nicht nur fordern wie bisher mein bauch gehört mir das recht auf abtreibung das recht auf verhütung und so weiter sind aber alles künstliche unnatürliche eingriffe in den körper die auch schädlich sein können ja und oft auch schädlich sind und stattdessen geben wir geben wir der linken emanzipations bewegung der frauen sozusagen erweitern diese bewegung und sagen nicht nur mein bauch gehört mir sondern auch mein neugeborenes gehört mir so wie es in der natur viele millionen jahre immer war geben ihnen das selbstbestimmungsrecht wieder zurück mein bauch und mein neugeborenes gehört mir dann haben die mütter quasi das recht bis der der behutsamen sanften schmerzfreien glückseligen abtreibung bis zum beispiel 24 stunden nach der geburt oder 15 stunden nach der geburt kann man alles diskutieren und und dadurch kann dann die mutter sagen ja hoppla ich werde immer hungern ich kriege zwar von der welt ein bisschen von der wenn der welthunger hilfe zwar ein bisschen was zu essen aber irgendwie werde ich immer hungern mein neugeborenes wird immer hungern und wenn es dann wieder kinder kriegt wird mein enkelkind auch immer hungern diese leidensstrecke will ich beenden indem ich satt werde durch die welthunger hilfe aber mich gegen kinder entscheide und die kinder dann nach der geburt einer glückseligen abtreibung freigeben für eine glückselige abtreibung und dadurch reduziert sich erstens die überbevölkerung in der welt endlich es reduziert sich der hunger in der welt der hunger in der welt endet innerhalb weniger jahrzehnte gibt es überhaupt keinen hunger mehr in der welt ja und alle probleme lösen sich nur natürlich gibt es dann kein geschäft mehr für die hunger ngos sozusagen die non-governmental organizations und jetzt müsste man überlegen wie kann man denen jetzt positive anreize setzen dass das aufhört denn die ngos sind ja eine ständige quelle man muss halt also man müsste halt vielleicht jeden der spenden sammelt als unternehmen betrachten und dieses unternehmen eben entsprechend der wohlfühl stimmen der bürger der gesundheitsdaten der bürger der langlebigkeitsdaten der bürger und der wirtschaftswunder daten in deutschland und so weiter irgendwie dann entsprechend mit entweder verdienst zuschüsse geben oder keine und vielleicht aber auch entsprechend hoch besteuern ja so dass solche ngos die also schaden in deutschland anrechten und die bürger durch ihre parasitären meme ihre killerviren des geistes ihre eigenen vorteilbringenden irrtümer im prinzip letztendlich nur abzocken und in deutschland schäden anrichten dass die dann so hoch besteuert werden dass es dass niemand mehr dort was verdient ja und wer wirklich kostenlos und ohne etwas zu verdienen irgendwas machen will ich weiß nicht man wird das schwer einschränken können aber auf jeden fall ist das ein riesen problem denn der schaden den diese ngos anrichten ist ja sozusagen nicht unbeträchtlich das ist ja sozusagen eine bettelei und generell bettelei ist ja in einem staat mit sozialstaat eigentlich sollte man ja abschaffen ja und also ja das ist ein problem ich bin mal interessant ob jemand ideen hat dazu gerne mal anrufen oder wie man diese 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 ja diese diese abzocke durch ngos die der welt nirgends nutzt sondern überall nur schäden anrichtet und leid verlängert und leid vergrößert vielleicht leid sogar aktiv vergrößert um noch bessere vorwände zu haben um mit auf dem mitleid bei den bürgern auszulösen und noch mehr spenden zu kassieren und so weiter wie man dieses problems her wird also da haben wir bis jetzt noch keine perfekte idee dazu ja aber das war es schon mal wieder für die heutige wissenschaftliche tagesschau heute tschüssi bis bald